Ich bin Riem und ich bin in Syrien geboren. Mit 26 Jahren bin ich nach Deutschland eingereist als Austauschstudentin. Mein Plan war in Deutschland zu studieren und dann zurück nach Syrien zu gehen. Der Plan hat leider nicht funktioniert. Der Tag, an dem der Krieg in Syrien angefangen hat, war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Es war eine Zeit, wo ich mich einsam und allein gefühlt habe. Ich hatte sehr viel Angst um meine Familie, habe mir Sorgen gemacht. Es war eine traurige Zeit. Irgendwann war es mir ganz klar, dass ich nicht nach Syrien zurückkomme. Was ich mir vorstellen konnte, war mein Studium zu beenden, einen Job zu finden. Ein Job in einem neuen Land zu finden, ist nicht so einfach. Bodyforce ist ein Programm. Es ist ein Integrationsprogramm. Das bedeutet, dass wir eine Mentorship machen und dann auch ein Bildungsprogramm. Mir ist es wichtig, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ein wunderbarer Weg ist das Bodyforce-Programm. Hier können wir unsere Kenntnisse einbringen, um Menschen mit Salesforce auszubilden und die neue berufliche Perspektiven zu ermöglichen. Wir haben einen Bodyforce-Workshop gemacht mit neun Teilnehmern. Riem war eine davon. Riem hat sicherlich von Anfang an gezeigt, dass sie zielstrebig sein kann und dass, wenn sie etwas interessiert, sie in der Lage ist, sich sehr tief einzuarbeiten. Und das hat mich begeistert. Das entscheidende Tool für jemanden, der sich mit Salesforce auseinandersetzen möchte, ist sicherlich Trailhead. Trailhead bietet alle Möglichkeiten, sehr einfach sich mit Technologie, aber auch mit anderen Aspekten von IT-Projekten auszubilden. Bei diesem Workshop habe ich Ralf Mayer kennengelernt. Ich wollte auf jeden Fall die Zertifizierung machen und ich wollte Ralf stolz machen, weil er mir die Chance gegeben hat. Ich bin der Meinung, dass jedes Unternehmen, egal wie groß, wie alt oder wie viele Mitarbeiter es hat, eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Salesforce wusste, dass wir wachsen, dass wir Leute suchen und hat uns einfach ganz direkt angesprochen. Hallo Paul, hier ist eine Kandidatin aus dem Bodyforce-Programm. Habt ihr Interesse? Riem kann ein Beispiel sein für ganz viele Menschen, dass, wenn man etwas möchte, wenn man etwas erreichen will, dass man dies auch kann, wenn man eben die Chance dafür auch bekommt und sie ergreift. Ich freue mich besonders, dass Ihr Weg jetzt weitergeht als Beraterin bei unserem Partner. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Die Geschichte von Riem ist sehr interessant, weil es ist nicht nur Riem, das hat jetzt ein positive Leben erlebt. Es ist auch Ihr Mentor, Ralf. Er hat so viel gelernt. Es ist auch Salesforce. Salesforce hat viel durch dieses Prozess gelernt. Und dann auch jetzt ein Partner, hat ein toller Mitarbeiter, das wir haben unterstützt, dass die Partner vertraut und jetzt alle haben etwas gewonnen. Ich habe bei Salesforce eine Chance bekommen. Das musste ich nutzen, um einen neuen Weg zu finden. Und dafür müsste ich fleißig sein, sehr hart arbeiten. Aber am Ende hat es sich gelohnt. Ich würde sagen, Danke reicht nicht. Ich habe jetzt ein neues Leben. Ich bin Riem und ich bin ein Trailblazer. Wir sind Anfang três auf. Und dann kennen wir dich. Untertitelung des ZDF, 2020